Krumm zu kommen, ganz deutsch zirn, Deutsch-Eterricht und Survival-Ganzler I'm so freaking tired Junge, ich bin happy as fuck Ich habe doch keinen Freundschaftsfluss Ja, sieh mir doch nur Freundschaft Da bist du eigentlich rum, ne? Geil, ich habe eine Goldhose, ich habe einen Diamanten verkackt, wo bist du? Ich glaub, ich bin hier am Sporn Äh, gleich Ich laufe noch am Baum rum Ich laufe am Baum rum Hinter dir David Gut Können wir abhauen? Vielleicht Ist einfach hier lang Im Notfall habe ich ein Steinschwert Aber auch nur im Notfall, so habe ich es nicht Genau Mikrofon aktivator Hast du noch einen Schwert? Ne, aber ich habe einen Leiter Cool Oh Gott Oh Gott Da oben ist einer Tim, warte, 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 warte Schwer Ich habe jetzt eigentlich mehr Hat der vielleicht noch eine Waffe gehabt, damit jeder eine Waffe hat? Oder hast du vielleicht Rüstung für mich? Der hat nur eine Halsakt, deswegen sind wir nicht gestorben Äh, kriege ich Rüstung, dann kannst du auch das Schwert haben Also, dann nehme ich die Axt und du nimmst das Schwert Ups Hier geht's schlecht runter? Ähm, Tim, runter geht's schon, nur frag dich Oh Lol Okay Okay, da ist noch, ich nehme noch weiter auf Ja, hast du Wenig Leben oder hast du viel Leben oder? Geht Bist schlecht Bist schlecht War mir klar Ja I'm worn so freaking tight Alter, Morix hat mir das Lied gezeigt, jetzt habe ich schon auch vor Was ist das mit dir? Der hat mir so Lied gezeigt, jetzt habe ich die ganze Zeit nur ein Ohrwurm davon Ein Wurmohr Was habe ich getan? Danke, Jawa, dass du wieder abstürzt Gut Ah Programm schließen Neulettel dir, Axt Ich würde nur ein bisschen Das bänden wir mal schnell Ich würde jetzt zugucken, weil mein Java ist abgeschmert Ja, ich muss kurz Ein Stück rennen, weil da verfolgt jemand uns Also zwei Und Genau Ich glaube, ich muss echt mal meinen PC neu machen Jetzt geh zu nicht weiter Der hat dir erschwert, oder? Ey, du und Knuff, du's Ey, yo, Alter Okay, Minecraft Super, Logik Egal Ich nehme es als First-Try-Folge Naja Nein, für dich bist du fast auf Ja, trotzdem, ich nehme es als First-Try-Folge Könntest du mich nochmal einladen? Tschüss Tschüss Tschüss